Dieser Spiel heißt Mastermind. Als Material brauchen wir Kästen und unterschiedliche Hütchen. Ziel ist die spielerische Verbesserung der Schnelligkeit, der kognitiven Fähigkeiten und der Kommunikation. Es werden zwei Teams gebildet und jedes Team bestimmt das Mastermind. Dieser legt vier unterschiedliche Hütchen hinter den Kasten auf. Aufgabe der Gruppe ist es nun, im Staffelbetrieb möglichst schnell die richtige Kombination zu finden. Das Mastermind vergleicht die gelegten Hütchen mit dem Original und sagt, welche Hütchen richtig liegen. Die einfachste und schnellste Spielform ist es, wenn das richtige Hütchen am Kasten liegen bleiben darf. Etwas schwieriger ist es, wenn alle Hütchen wieder mitgenommen werden müssen. Hier spielt die richtige Kommunikation innerhalb der Gruppe eine wichtige Rolle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Natürlich kann man das Spiel auch mit mehr als vier Hütchen spielen. Musik Eine sehr spannende Variation, die die Kommunikation zusätzlich fördert, ist, wenn das Mastermind nur sagt, ob Hütchen richtig liegen, aber nicht welche. Hier müssen sich die Schüler absprechen und geschickt die möglichen Kombinationen durcharbeiten, bis sie das Original nachgebaut haben. Musik 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 Musik